Eva Schneider und Tobias Lauterbach aus Sulzheim wollen im Pullheimer Walzwerk eine Schatulle zu Geld machen, die sie kürzlich von ihrer Großtante geerbt hatten. Expertin Wendela Horz ist sofort begeistert. Das ist ein ganz besonderes Stück. Das vergoldete Objekt mit Venusfigur und Amor als Griff sei mit verschwenderischen Blumengirlanden, Nischenfiguren, unglaublich feiner Emalierarbeit und handgravierten Blütenmotiven ein wahrer Blickfang, schwärmt die 54-Jährige weiter. Besonders gefällt der Sachverständigen, dass der originale Schlüssel noch vorhanden ist. Das gibt es selten, merkt sie geradezu euphorisch an. Zudem sei das Kästchen auch noch recht alt. Als Datum nennt Horz das Jahr 1850. Eine Gravur gibt den Hinweis auf den Künstler Jean-Pierre Alexandre Tahan. Das war ein gefeierter Star, der Kunsttischler von Napoleon III., der für den Kaiserhof gearbeitet hat, doziert die Expertin. Moderator Horst Lichter, 62, ist sprachlos. Den Wunschpreis für die echte Antiquität möchte er dennoch erfahren. Völlig ahnungslos nennen die Verkäufer eine Summe von 400 Euro. Doch damit liegen sie deutlich daneben. Horst taxiert den Wert auf 1200 bis 1500 Euro. Es sollte noch besser kommen. Als im Händlerraum das Tuch gelupft wird, unter dem sich die Rarität zuvor versteckt hielt, geht ein Raunen durch den Raum. Wolfgang Pauritsch, 52, fasst die Details rund um die Schatulle zusammen. Die Konsequenz, alle Kollegen haben Interesse. Keine schlechten Vorzeichen für die Kandidaten im Studio. Das nicht ernstzunehmende 80 Euro Traditionsgebot von Walter Lenerts, 57, kontert der Österreicher mit einer weiteren Null. Ich biete 800 Euro, platzt es sofort aus Pauritsch heraus. Anschließend fliegen die Gebote nur so durch den Raum. Eva und Tobias trauen ihren Ohren kaum. Bei diesem Objekt kennt Wolfgang keine Schmerzgrenze. Ahnt Fabian Kahl, 32. Bei 3500 Euro erklärt der gebürtige Thüringer, dass es kein Zuckerschlecken wird, war klar. Bei 4000 Euro wirft dann auch Julian Schmitz-Avila, 38, das Handtuch. Das Objekt kann hier und heute nur einen neuen Besitzer finden, und der heißt Pauritsch. Satte 4100 Euro legt der 52-Jährige für die goldene Schatulle auf den Tisch. Die verständliche Reaktion der Verkäufer, Jackpot. Die verständliche Reaktion der Verkäufer, Jackpot.